happy valentines ja wir haben heute Valentinstag und was liegt dann näher dran als mit zombies zu kuscheln und einfach alle nur noch so richtig lieb zu haben genau nichts spricht dagegen und deswegen werden wir unsere mission fortsetzen wir werden uns die leichen anschauen was gibt tschuldigung für den bisschen sarkasmus aber muss gerade mal schauen wie komme ich denn dahin bin hier so irgendwie am vopersten der welt lasst mal gucken schaut nicht gut aus mal her lass dich umarmen komm mal her doppelknüttler jawoll so irgendwie glaubt er klopft noch markt dates hier kommen ganz dicken knüttler 10 points irgendwie fühle ich mich hier aber total falsch gerade ach ja so das alles das war doch mal ja ein valentines flug ein ausflug so auch du wirst geknuddelt jetzt haben wir mal eine schicke kühlerfigur was ist denn hier ein zombie kreischöle die nehmen wir doch noch mit oder wo ist er denn da drüben ist aber doof da ist er noch ja er hat noch ein bisschen querfeld ein kurz abgebremst kurz geschaut vielleicht kommen wir so hin mal hier über den hof am valentines tag darf natürlich auch das tanzen nicht fehlen so wie komme ich jetzt dahinter dann kann ich so fahren und dann so vorsichtig mal da so entlang hier haben wir hier auf jeden fall eine straße ich bin jetzt hier ok was ist denn das verandalierende nachbarn ach komm hier in nachbarschaftsliebe ist angesagt ach da drüben ach da drüben so wieder die nummer geht geht so soll hier keiner sagen er kommt zu kurz so ok hab ich ihn ausgerüstet mhm irgendwas ist doch hier in der nähe oder irgendwas ist hier in der nähe nur noch nicht was erst mal von außen anschauen ne erst mal einen überblick verschaffen ok ok das sind die wieder die haben art getötet das ist nicht gut das nachladen dauert ewig lang so so wo ist denn jetzt der im haus oder also die sind nicht ohne ne also ich gehe hier nicht ohne grund gerade etwas sehr vorsichtig um so oh gibt es da rein ich gehe nicht dumm das war jetzt dumm das war jetzt dumm 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 gefällt mir nicht das gefällt mir nicht oh great I see a hostile ja ja sehe ich auch oh oh only one left oh nein wie doof kann man sein Kann ich denen nicht die Zombies an den Hals setzen? Habe ich da irgendwas dabei? Ich habe noch eine Dosen. Habe ich nicht. Das ist doch doof, ey. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert, weil wirklich, die sind echt nicht ohne die Zweite, die da drin sind. So, wieder auf die wechseln. Warte mal. Ich probier mal was anderes. Wo hatten wir unser Auto? Das hatten wir da irgendwo stehen, oder? Ja. Oh. Ja, ich bin gerade im Bett. Die lassen sich aber auch nicht beeindrucken, ne? So, da ist er. Warum kommen die nicht raus? Ja, komm. Was ist los, Kinders? Das war ein Zombie. Ich will die zwei, die da drin sind. Ja, kommt. Ja, kommt. Noch ein bisschen paar Zombies anloggen hier. Die Special Walddienst. Oh, da ist ja einer. Die Special Walddienst. Oh, da ist ja einer. So hatte ich das geplant. Wo ist er hin? Die Special Walddienst. Oh, das war auch nix. Wo sind wir? Wir sind alles gut. Ich bin gerade etwas ruhig, ich weiß, verzeiht mir. Aber das ist schon ein bisschen tricky, ey. Jetzt sind wir auch nicht überart gefahren. So, da war es doch bloß noch einer, oder? Ja, der will hinten raus. Oh, das ist ja. Deswegen mag ich das kleine Auto. Jawoll! Komm, ich helfe dir, Zombie. Verdammt! Die sind gar nicht so doof. So, bist du tot? Nee, noch nicht. So, das war's. Das war die Rache für Artie. Ist doch noch einer. So, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen gesprächiger. Äh, puh. Was habt ihr denn Schönes dabei? Also, das finde ich doch mal eine gelungene Valentinsrache, hä? Ach ja, alles für Art. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Obwohl, ich kann mal ein starkes Schmerzmittel nehmen. Ähm, ansonsten hat er nichts dabei. So, wo war sein Kumpel? Wo haben wir den denn plattgemacht? Hier vorne irgendwo, oder? Äh, hier. So. Ein Traum. Das gefällt mir jetzt. Ja, so soll's sein. Was hast du? Du hast ein Achter. Aber ansonsten auch nichts wirklich tolles. So, ich nehm jetzt mal ein Schmerzmittel. Äh. Okay. Hat geholfen. Komm, du brauchst kein Schmerzmittel, du brauchst mich. So, und dann können wir uns mal in der Garage umschauen, ob wir da irgendwas tolles haben. Das Auto schaut auch schon wieder aus. Heieiei. Ja. Dann durchsuch doch mal, wenn schon keiner mehr da ist. Endlich ein Trick in der Zeit, mal ein Schluck Kaffee. Ne? So soll's ja sein. Molly ist immer gut. Moral gestärkt, wir haben Art gerecht. Genau. Art gerecht. Wortwitz. Okay. Ha? Reisuche. Ah, schon wieder ein Achter. Du selber. Oh, jetzt nicht. Was hat denn eigentlich Sarah für einen? Lass mal gucken. Und? Sarah. Hm? Hm? Lass mich mal bei dir in den Rucksack gucken. Ja, du hast auch einen Achter. Aber ich könnte dir ein bisschen was zum Tragen geben. Und zwar gebe ich dir mal... Und die 45er gebe ich dir mal... Ich hab die 9 Millimeter, ne? Warte mal, wir rösten die mal aus. So. Lassen wir die mal drin. Dann kriegt sie noch von mir die Schmerzmittel. Okay. Super. Sonst haben wir nichts mehr. Doch, hier. Ne. Da war ja das blöde Ding drin. Gut. Hät man das geschafft. Da drin gibt's auch noch ein bisschen was. Das soll sich ja lohnen. Habt ihr gesehen, wie Winter galant durchs Fenster geübt ist? Wäre richtig cool. Richtig cool. Okay. Okay. Gib mir doch mal hier mal richtig schön Stuff. Hm? Hier einen guten Loot. Gut Loot. Give me gut Loot. Und? Und? Depremierend. Das ist so depremierend. Ja. Position ist immer noch wichtig. Vor allen Dingen 9mm brauchen wir ohne Ende. Super. Okay. Wir haben hier noch ein Regal. Da schauen wir uns durch. Straßenfackel. Ruflockmittel. Mit dem müsste ich auch ein bisschen mehr arbeiten. Warum kann ich da nicht mehr nehmen? So. Du bist nicht viel besser. Rötungspotenzial ist relativ. Wow. Gut. Ja. Entschuldige. Okay. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon wieder raus. Okay. Dann lass mal auf die Map schauen, was so anliegt. Wir haben ja immer noch hier das da. Aber das ist halt direkt. So was von direkt. Und wir haben fast nix dabei. Ich will mich mal umschauen. Das können wir mal machen. Umschauen. Ups. Sorry. Die Karre driftet wie die Angst. So. Kommen wir hier runter? Dohidee. 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 Ich hab ne Dohidee. Und ich bin da nicht stolz drauf. Doch. Geht. Super. Perfekt. Willst du jetzt hier nicht übertreiben, ne? Ja. Finde es schön, so im Dunkeln zu fahren. Da weiß man gar nicht, was so an der nächsten Hügelkette kommt. Aber egal. Wir heizen jetzt hier mal so richtig durch. Oder auch nicht. Okay, da geht es ziemlich steil runter. Aber wir sind ja dann auf der Straße. So ist es schon mal nicht. So, da sind wir ja schon. Uh, hier ist aber ganz schön was los. Ach ja. Ja. Dann lasst uns mal schnell da hochgehen. Und mal ein bisschen gucken. So. Okay. Ist neu, ja. So. Also. Kommen wir mal. Ein tobsüchtiger. Oh, 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 oh. Arm will Waffen laden. Ja, den sollten wir uns auf jeden Fall merken. Hast du schon? Doch, hier. Jede Menge. Hm. Okay, alle Orte überprüft. Tobsüchtiger. Und mir gefällt der Waffen laden. Der war doch. Wann der? Wo habe ich den denn jetzt gesehen? Da haben wir ein Camp. Okay. Mal gucken. Lagereinheit war hier. Militärisches Traumazelt. Okay. Gibt es Munition. Datenmarkt. Da. Da. Da ist er gleich bei uns. Doch prima. Was ist mit dir? Winter? Alles gut? Oh. 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 Ich würde sagen, wir gehen eine Runde pennen, ne? Dann machen wir das anders. Wir fahren jetzt mal schnell nach Hause, damit die Mädels mal schlafen können. So, komm. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Sehr schön. Sehr schön. In der verpatzten Aufnahme bin ich nämlich die komplette Tafel einmal runtergefallen. Weil die irgendwie die Animation nicht erwischt haben. Und das Coole ist, dein Begleiter, ne? Der springt einfach hinterher. Ganz clever. Unglaublich clever. So, rein damit. Ähm. Ja. So, eine Heimreise. Wir waren zwar jetzt relativ nah dran, aber das ist mir ein bisschen zu unsicher, wenn die Mädels relativ müde sind. Dann sollten wir da keine Experimente machen, ne? So, wir müssen jetzt irgendwann mal links. Das wird wieder so eine holprige... Holprige! 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 Ja, das ist nämlich doch mal... ...eingeparkt. So, wir werden hier durch. Ja. Ein bisschen Action hier. Schöne Gegend hier. Das könnte jetzt ein bisschen blöd werden. Ja, wir werden hier durchgeschossen. Nicht, nicht, nicht... Nicht im Bauch. Nicht im Bauch. So. Perfekt. Perfekt. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Was daheim? Jetzt wird der Typ gestern. Die ganze Zeit fahren wie ein Henker und jetzt hier einen auch vorsichtig machen, oder was? So, hier können wir nichts ausladen. Okay. Puh, ich entlasse jetzt mal meine Begleiterin. So, geh du mal schlafen. Und wir werden jetzt auch mal schlafen. Jetzt gibt mir ja der Auftrag wieder flöten. So, kann ich jetzt, ähm... Kann ich jetzt... Kann ich jetzt einfach schlafen gehen? So. Und jetzt hier mit Scott. Ähm... Ach, das ist doch... Das finde ich doof. Warum kann ich die jetzt nicht einfach schlafen lassen? Und dann ist gut. Man verletzt es ja auch noch. Wir müssen wechseln. Hilft ja nichts. Zita hat, glaube ich, eine Mission. Dann nehmen wir mal Zita. Ach, nee. Mensch, spiel. Ähm... Hallo? So, jetzt. Ach, nee, warte mal. Äh, nein. War schon richtig. Ja, dann ist das so. Kann ich jetzt nichts ändern. Kann ich jetzt nichts dran ändern? Winter. Winter pennt noch nicht. Okay. Ist immer echt doof. Echt doof. Schaut denn dein Inventar so aus? Zwei Dosenbomben. Ist schon mal nicht schlecht. Ähm... Die ist auch nicht schlecht. Dann hast du eine 22er. Okay. Guck mal hin. Was hat sie denn da noch? Jawohl. Brauch mal. Perfekt. Eine Granate. Zwei Dosenbomben. Das würde eigentlich im Prinzip schon reichen. Für das Seuchenherz. Aber wir haben ja sowieso die Mission vergeigt, ne? Hm, 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 hm. Ja, gut. Sicher das Territorium. Ah, Freunde werden belagert. Das ist ja am Ende der Welt. Die Basis von der... Von den voll normalen Typen wird von Zombies überrannt. Hilf ihnen, ehe es zu spät ist. 42 Minuten noch. Schlage die Zombiebelagerung in der Basis der voll normalen Typen. Nehmen die dann ein Träumchen. Ähm... Den Wanderer machen wir nicht. Territorium sichern. Ich weiß, dass wir noch jede Menge... Warte mal. Wir nehmen uns mal als Ziel... Was sind das hier oben? Verlassener Posten. Ein Außenposten. Okay, da haben wir ja unsere Artillerie. Das würde ich nämlich mal gerne ausprobieren. Dann würde ich sagen, ähm... Das wird... unser neues Ziel. Dafür nehmen wir dann Ninja Boy. Oh je, aber Ninja Boy pennt gerade, oder? Könnte das sein? Scott? Scotty? Aufstehen! Wenn der noch higher Bubu macht. Winter schläft. Das ist gut. So, wo ist Scotty? Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Wo ist Scott? Wo ist er denn? Warte, er doch oben. Bau war Sarah, oder? Ja. Sarah putzt. Wo ist Scott? Treibt er sich in der Nachbarschaft drum? Ach, hier ist er doch. Hier, komm. Dann passt das ja. Das ist doch ideal. Dann kommen wir mit hoch, Scott. Und dann schauen wir uns mal schnell an, was du am Ende tust. Und dann würde ich sagen... Scott? Hallo? Noch nicht ganz wach, oder? So, Scott. Was hast denn du? Die Armbrust. Das ist neun Millimeter und noch zehn Schuss. Nee, aber besser wie nix, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Wir wüssten ja mal damit aus. Okay, dann würde ich sagen, äh, schnappen wir uns ein kleines Auto. Möchte ich die Kiste nochmal nehmen. Und schlecht war ich jetzt nicht, ne? Ja, da war aber kein Toolkit mehr, ne? Ich kann das mal nehmen, dann nehm ich das mal, dann nehm ich den Wasserbühler und das. So. Pack mal jetzt mal da rein, weil von da aus kann ich es dann nämlich gleich ins Haus. Ähm, das war... Das. 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 Und? Sonst nix, ne? Das. So, und dann kann ich es nämlich von hier aus gleich... Okay. Dann ist es wie es ist, ne? Kann man machen nix. So, wir haben die Pistole ausgerüstet. Okay, ich würde aber ganz gerne jetzt... Ähm... Und das da ausrüsten. Habe ich da schon ein Ziel drin? Nee. Okay, besser wie nix. So. Welches Auto nehmen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier noch drin nichts, ne? Das ist gut. Dann würde ich sagen, steigen wir doch... Äh, Benzin, warte mal. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So, laden wir mal kurz um. Einer kommt rein. Dem anderen tank ich... Äh, nein. Hm. Oh, wie galant sie auf den Fahrersitz springt. So, dann tanke ich mal auf. Ja. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, äh, ist dann hier lustiges Seuchenherz-Gemetzel angesagt, ne? Das wird auch schon langsam hell. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sage... Tschüss.